Willkommen zurück zu TTT, heute mit Crabz1, Renz, Dalu, Mavzockt und dem Rearwolf und mir, dem Megas. Hallo. Hallo. Diesmal bin ich unschuldig, von vornherein. Was ist das denn? Hier muss ein Geheimgang sein. Ist hier ein fucking Geist? Äh, hier gibt es doch noch eine Trage. Es geht runter hier, gerade. Hier ist ein fucking Geist. Ein fucking Geist? Das ist der gemeinste Geist, weißt du, der überrascht dich dann nachts, wenn du schläfst. Du hast mir was mitgebracht. Und dann geht es richtig rund. Hier ist er. Sein Schatten ist hier zu sehen. Wie geil ist das denn? Das ist der Geist, der über den scheißen... Mavz. Auf den Typ mir geschossen. Hier, wenn ihr gleich in der nächsten Runde spawnt, wer ist das hier? Crabz, ne, was dann... Guck mal hier rein, in der nächsten Runde. Wo rein? Da rein. Ja. Oben, oben ist ja auch so ein Stöhne. Ja, und hier unten kommt ja auch Blut aus dem Schacht raus. Ja, und hier liegt ein Toter, neben einer Kinderpuppe. Das ist Grants. Ne, den nehmen wir jetzt nicht. Das ist Grants, ja. Ey! Hier, in dem ist es voll nah. Wenn du hier drin bist, ist es voll laut. Hinter dieser Wand. Hier ist gerade eine Flasche vom Tisch gefallen. Alter, was macht der Geist hier? Ohne Scheiß, hier war keiner. Komm mal hier, komm mal schlicht, Dalu. Was denn? Oder war Gwenz das? Ich bringe dir den Professor. Oh, der Prof. Ich bin der Geist. Hallo? Wie sind Sie gestorben? Irgendwo versorgen. Der Professor. Oh, vielleicht steht da hier was drin. Oh, das ist so ein Voodoo-Buch, ey. Hat einer von euch... Ihr habt alle Waffen, oder? Die Map ist gruseliger als hier eine Grusel-Map. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier hat sich gerade was bewegt. Mav ist es! Ja, hier bewegen sich einfach irgendwelche Items. Das ist ganz merkwürdig. Leute, ich habe gerade Mav getötet. Was hat er getan? Der hat ein Furiker nach mir geworfen. Der klassische Mav, neuerdings. Der klassische Mav. Achso! Dalu ist Anderlo! Nein, ich habe mich so erschrocken. Dalu ist bei mir. Ja, du lebst ja auch noch. Ich habe aber nur noch so wenig. Ja, du kamst ja aus der dunklen Kammer raus, Junge, ey. Hier liegen Körperteile. Der Map ist voll gruselig und eh. Alter, was hast du mit Mav gemacht? Was habe ich gegessen? Liegt am Pendel. Alter, hier sind Stühle. Die Map ist richtig krank. Die bewegen sich vor allem. Vor allem hat sich vorhin eine Flasche einfach so bewegt. Da war wieder ein Schuss. Grants? Dalu ist es. Bei mir kommt Sturm auf. Grants hat, glaube ich, einen Stromausfall. Nee, nee. Grants? Der lebt noch. Der hat einen Stromausfall. Oder er ist Trader. Bei dir kommt ein Strom auf. Ja. Ja, das hört man voll mega, wenn du was sagst. Ja, bei mir auch. Ja, Mav, es lebt noch. Ich bin das Grants. Mav, was? War Mavis? Ja, Mavis. Einer. Dalu ist der Zweiter. Ich hatte die Detective-Gedürge mit. Mav, ey, alles. Hier muss ich dich retten. Ich schau ihn wieder auf, Mann. Der ist schon gar nicht. Ich hab mir noch in den Kopf geschossen, Alter. Der tut, dass der Shuriken dich tötet. Ich dachte, der tötet mit einem Treffer. Der tötet ihn in den Kopf. Zwei. Na. Heiß kalt, bleibt er da um die Ecke und guckt mich mit seinen Shurikens an. Oh. Entschuldigung. Geht schon in den Keller. Keller, 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 Keller. Da Vita, Conchita und Nefers laufen da richtig. Der ist mal echt klar. Da ist der Prof. Hier ist der Prof. Ja. Und hier unten geht's die Pai ab. Und jetzt musst du da reingucken. Da siehst du so einen Schatten. Rechts hinter dir, da ist der Schatten. Der läuft dran vorbei. Da, seht ihr den? Woher? Ja, der verschwinden uns gleich. Hallo. Jetzt ist er weg. Ich seh den gar nicht. Ich bin wegen geschossen. Dann bist du Traitor. Nee, ich bin Detective. Dann bist du Traitor. Hier ist Nefers, der Detective Traitor. Hier das Baby. Hier ist nur ein Haus. Da, du weißt. Er wird geschossen. Das Baby hat geweint. Aber die Map ist ganz cool. Also das Baby weint. Also hier wurde jemand gefoltert. Es muss ja auch zwei Geheimdiener geben. Der Stuhl ist krass. Da, immer wenn man hier lang geht, fällt diese eine Flasche vom Tisch. Die ist voll geskript. Hier, wo ich jetzt gerade springe, bitte nicht erschießen. Lieber Traitor, hier wo ich springe, lag eben noch ein Leichenteil, was ich sogar vorhin gehalten habe. Hier, Grants, hier muss ein Geheimgang sein. Hier, du siehst du an der Wand. Ja, die heult auch hier. Das Baby heult. Guck dir die Wand an. Halt! Bita hat auf mich geschossen. Bita hat auf mich geschossen. Da ist Craps drin, Vorsicht. Ja, genau. Dann confirm ihn. Wer ist denn da hinten noch? Okay, sorry. Marv, war das? Ja, aber Traitor. Ja, okay. Wieso ist Marv so verletzt? Marv hat auch auf Craps mitgeschossen. Ja. Ja, sagt er. Ja, es stimmt ja. Ich hab's ja auch gesehen. Was also? Aber ja, aber ist Craps der... Nein, hä? Nein, Craps hat den anderen getötet. Richtig. Dann ist Grants der einige. Ja, aber es kann auch sein, dass Marv... Grants ist es! Okay, was ist es? Was ist hier los? Wer hat auf Craps geschossen? Ich hab mir geschossen und dann hab ich erst gesehen, dass es Craps ist und hab mir gedacht, nein, du schießt nicht schon weiter. Ich hörst das ersten Abend und hab aufgehört. Wie hast du das überlebt, Marv, ey? Und dachte, ich könnte... Wenn man aus dem Keller hochkommt, rechts die Treppe hochgehen, dann ist eine gescriptete Flasche. Mein Gott, was ist ein Wort. Und die fällt immer runter, wenn man da lang geht. Die soll einen erschrecken. Die Map ist voll auf Grusel aufgebaut. Ja, hier ist ja auch ein... Es gibt ja auch einen Geheimgang, den ich aber noch nicht auf... Hier ist auch... Hier ist die Wand so kaputt geschnitten übrigens. Ja. Oh. Ach scheiße, bei mir geht jetzt voll die Blitzparty ab. Ja, hier auch. Was ist mit dem Geheimgang hier? Der geht leider nicht auf. Den konnte ich eben nicht öffnen. Naja. Obwohl ich... Du siehst ja... Du siehst ja an der Wand, dass da, äh... Was ist. Es ist Marv. Ja. Hier ist ein Stromgenerator. Oh, das wäre so geil, wenn man das Kabel kaputt schießen könnte. Weißt du, was sie mal hier einbauen müssen? Dass einfach hinter dir irgendwann nur einer steht, so weißt du? Und dann wieder verschwindet. Einfach so dieser Jumpscare. Und den du hast halt die ganze Zeit auf der Mail. Er kommt immer zufällig bei einem. Da ist der Geist noch. Grants, bleib mal stehen. Außer wenn man auf ihn schießt, verschwindet der. Bleib mal stehen, Grants. Bleib mal stehen, Grants. Und dann gab es einen Toten. Oh, doch nicht. Hä? Vita hat dann... Hä? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Marv ist Traitor, ey. Ach, Mann. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist das passiert? Wo ist oben sein? Ja, ich wette. Grants hat den Detective... Ja, Cramps, guck mal auf die Klasche hier rechts zum Tisch fällt. Rechts hier. Ja, stimmt. Ey! Nee! Nee, vier ist. Vier ist fünf. Marv schießt... Marv schießt... Marv schießt... Marv schießt... Marv schießt... Marv, das war der golden Dingel. Ich hatte noch 18er... Da! Ach hier, die Tür ist aufgegangen. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab einen Schuhring draufgeworfen. Renn raus. Wir sind frei. Lauf! Hier kann man echt raus, oder? Ja, ich muss einfach gucken. Es wäre so geil gewesen, wenn es Grants gewesen wäre. Einfach mal so, hallo. Und dann falle ich. Guck mal da denn hier, wo ihr wart. Und die Tür war mal aufgeschossen. Nein, ich bin einfach nur wieder in den Raum gekommen. Ich dachte Marv wäre... Man muss erst ein Opfer bringen. Das wäre jetzt geil gewesen, ja? Ja, weil du einfach so eiskalt mich abgeknallt hast. Ja, du hast... One-Shot-Wonder. Ja, der hatte doch die Dingel... Die Golden Dingels. Das war einfach mal so. Ja, jetzt aufschießen, geht, ne? Ja, ja. Komm, wir hauen ab, Mann! Oh no! Warum sagt es oh no? Es hat oh no gesagt, als du die Tür aufgemacht hast. Oh nein, wo seid ihr denn? Oh, der hat auf die Kasse geschossen. Nefias hat jetzt hier gerade einer direkt geschossen. Ja, doch, Grants hat hier in die Wand geschossen. Der hat auf die Kasse geschossen. Einer von euch beiden hat gerade geschossen. Ich, ja... Ich habe einen Diegel, das war eine Schottie. Bin der Kassenschießer. Hier geht's runter. Schieß mal dagegen, Grants, oder soll ich? Ich gehe hier runter. Äh, schon wieder! Nefias, nefias, nefias. Die Wände gehen hier alle auf. I've been by Crapsie. Ja, wo, ey, Mann, Alter, wir wollen das auch sehen. Da, wo die Flasche runterfiel Craps, da rechts. Ja, aber hier ist ja nichts. Doch, hier ist... Marf... Hi! Hallo? Ja, aber sonst sehe ich nichts. Wenn ihr jetzt da vorne rechts lang geht, dann... Jetzt ist ja hier wieder die normale... Hier ist wieder so ein Geheimgang. Zweite... Das sieht man, da ist da wieder irgendwas raus. Oh, hier geht's ja von nach draußen. Ach, hier, guck mal, hier gab's einen Mord. Hier sind so Beweis 1 und 2. Ja, da wurde ich ja gerade auch... Ja, hier wurde ja Grants, ähm... Achtung. Erschossen. Ey, ey, warum fliegen die Dinger hier rum, wenn du da rumballerst? Da, wer hat ja die Silent. Oder die Silent auf der Map? Ja, da war ein Silent, aber das war... Die Dingsgun. Was sagst du? Ich sag, du bist total verdächtig, du hast einen blauen Rand. Das ist irgendwie ganz komisch, das haben ganz wenige. Boah, hier geht grad die Welt unter, Alter. Ist schön, es ist richtig kühl gerade. Ja. Geil, wie kann man raus? Da ist der Toad. Wer hat den gerade auf mich geschlossen? Mach, mach, es ist... Hab ihn. Sag doch mal, wo, Frenzy, wo warst du dich geschossen? Halt. Hier ist auch Craps. Ne, Fjord, hast du den getötet? Ja. Achso, du bist Detective, okay. Ich werde Vita abschießen, wenn ich ihn sehe, dann ist die Runde zu Ende. Ihr könnt mich danach abballern. Wieso, ey, Dado, was hast denn du immer gegen mich? Nein, nein, pass auf. Geht ja nicht anders. Nur du oder ich sind über. Ja, ihr könnt euch durchgehen. Und das heißt, ich werde dich abballern und wenn dann die Runde nicht vorbei sein... Weil, Nefias hat den Traitor erschossen, Grants ist Detective. Sind wir die letzten beiden. Will ein ordentliches Duell sehen. Nein, das ist nicht logisch. Nein, nein. Ne, ne, das ist irgendwie... Ne, ne, das ist nix. One-Shot! One-Shot, ich hab ihn gesehen, ich stand hinter dir da, du. Sehr schöner Schuss, ey. War auch ne Siege, ne? Ja. One. Hi! Hi! Wieder, da mussten die die Situation am Schock verpacken und selber... Wieder keine. Und selber was? Jetzt ist sein Rechner abgestoßen. Und da ist er weg. Jetzt ist er weg. Alles klar, dann macht's gut, liebe Leute. Dann war's das heute für TTT, weil Dalu kommt dann wahrscheinlich nicht mehr wieder. Genau. Tschüss! Tschüss!